Hahaha Schöne Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Es sind wieder eure zwei Lieblingsaffen von YouTube. Revi, unsere zweite Persönlichkeit, Revi2. Weib, seht nicht zu diesen Lieblingspersönlichkeiten von YouTube. Schade, dass du mit dabei bist, Lukas. Niemand freut sich. Was geht ab? Wir schauen uns heute wieder... Habe ich dir gerade erlaubt jetzt hier ganz kurz? Darf ich nicht mal Hallo sagen oder was am Anfang? Ganz genau das. Leute, wir schauen uns heute die lustigsten Monta-Ausraster an, weil ich einfach... Ja, Content brauche halt. Was soll ich sagen, leider. Let's go, Alter. Lukas und ich schauen uns wieder Monta-Ausraster an, beziehungsweise Dinge, die wir auch können, nämlich Ausrasten und Schlecht Fortnite spielen. Ich will nur kurz anmerken, das Video ist nur vier Minuten, weil... Ja, Lukas, meinst du nicht, ich habe mich vorbereitet und mehrere rausgesucht, oder? Ach, Digga. Halt doch dein Maul. Und selbst für dich wäre es kein Problem, ein vier Minuten Video auf zehn Minuten zu strecken. Fangen wir direkt an. Halt dein Maul. Ab geht's. So, Monta. Achso. Nee. Und so eine dumme Sau snipe mich. Aber das ist schon das Kind. Mit dem Trempo weggeflogen. Mann. Das Ding ist, bei Monta sieht man wirklich diesen Hass dann auch noch in den Augen. Weißt du, was ich meine? Er regt sich auch noch nachträglich auf. Weißt du, das Ding ist, bei mir ist das impulsiv. Ich werde getötet, ich raste dann aus. Aber Monta stirbt. Monta stirbt, schaut sich dann den Spieler an und rastet dann im Nachgang nochmal aus. Weißt du, was ich meine? Das ist so ein Hasskick-Delay, was er irgendwie drin hat, Digga. Boah, jetzt stirbt er in der Zone. Oh, Bro. Jetzt haben wir hier nochmal Trimax. Ah ja, die Montefels-Hacken. So, Trimax. Ja, Trimax ist auch zwischendrin drin. Einschuss-Modus? Ja. Oh, Trimax, Alter. Trimax, Digga. Not bad, Bro. Der kriegt jetzt einen Schuss. Ja, ja, wahrscheinlich. Äh, Leute. Ach, das sind generell Fortnite-Ausraster. Ah, jetzt verstehe ich das. Ganz kurz. Nee, also bei dem Müll hier im Wintergrund habe ich eigentlich gar keinen Bock mehr zuzugucken. Was ist denn das für ein Spaß? Halt dein Maul. Alter, 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 abschieße! Was ist denn da passiert, Alter? Was ist denn da passiert, Alter? Wegen den Punkten. So lächelig ist das, Mann. Kann doch nicht sein, dass ich heiße. Tschüss, Digga. Okay. Siehst du, das ist das Ding. Man rastet aus, wenn man getötet wird und nicht im Nachgang. So, Monta. Oh nein, Monta. Oh nein, oh nein, Bro. Das war's an der Stelle mal. Das bleibt unter uns, okay? Das bleibt unter uns, ja. Das hat keiner mitbekommen. Oh nein. Monta! 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 Oh mein Gott, Digga. So Trimax. Ich geh für High. Er geht raus? Guck mal, guck mal. Warum? Diese... Trimax ist so lost gewesen in dieser Runde, Alter. Ich erinnere mich, Digga. Ich erinnere mich. Er geht für High. Guck. Ich geh für High. Ich geh für High. Komplett, komplett betatet. So, Lappen-Daddy, schauen wir mal hier. Digga, warte mal. Du sagst ihm, keine Mads mehr. Er läuft weiter. Ich hab keine Mads mehr. Das ist Trimax, Digga, wie er lebt und lebt. So, Lappen-Daddy, schauen wir mal hier. Ist das für Schnee? Ah, sind nur Szenen von mir drin, Alter. Muss ja nicht sein, hier. Standard-Skill. Ey, warte mal, ich will das aussehen. Achtung, Standard-Skill. Digga! Ich bin 80, er überlebt mit 1 HP, Digga. Standard-Skill? Ich spiele das Spiel nicht mehr, Digga. Nein, spielt das Spiel nicht mehr? Nee, Digga. Aber guck mal, da hat er noch eine volle Facecam gehabt, wo man sein ganzes Gesicht gesehen hat. Ja, das war noch selten. Ich weiß nicht, was die mit den Shotguns gemacht haben, Digga. Mit den Shotguns. Kleiner, geiler, f***er zum Einstimmen. Jetzt gönnen wir uns mal die Montana-Black-Rage-Combination rein. Bitteschön, auf geht's. Er ist am Lecken. Er ist am Lecken. Er leckt. Er leckt. Hey, das ist so frech. Der ist auch am Lecken. Ach ja, du verdickst. Da war es ja auch wieder ganz knapp, Monte, Digga. Wird man nicht auf Twitch voll schnell gebannt? Ruhe, Lukas, bitte. Digga, was? Da reden wir nicht drüber, da reden wir nicht drüber. Ja, Monte, ja, ja. Oh, der Laser. Siehst du das? Er ist so ganz ruhig, ich hätte bauen sollen. Warte, und dann rastet er erst aus, Digga. Da ist so ein Hasskick-Delay drin, Digga. Upsi. Oh, bitte. Ich fühl die Wut so sehr, Junge. Jetzt war mal die Frage. Wenn man ein Video aufnimmt, warum guckt man im Hintergrund Fußball? Was ist das? Lass ihn bitte, okay? Hier, in der Sauna battle auf jeden Fall. Du bist auch da drüben, beweg doch mal den Arsch. Ich schreck dich, Digga. Geh einfach raus. Geht mir so. Er geht einfach raus. Digga. 30 Mal. Es nervt. Nein, ich hatte keinen Spaß. Wie so eine schabe Frage. Ich hatte keinen Spaß. Ich glaube, er ist sauer. Ich glaube, er ist wirklich sauer, Digga. Aber guck mal, danach ist er wieder ganz entspannt. Dann schnell Kippchen an. Alles entspannt, Digga. Da. Siehst du? Das ist nicht real, Junge. Das ist nicht real, Alter. Er ist so ganz entspannt. Denkt sich so. Heute läuft rückwärts. Macht sie die Kippe an. Dann kommt wieder diese Umfrage. Stark, Alter. Sehr geil. Ganz alles Ding von Monte. Ganz alte Aufnahme, Alter. Er war jetzt mal auf korrekt. Der war damals viel dicker, oder? Ja, tatsächlich. Ja, sein Doppelkinn. Uch, uch. Wie auch immer direkt disconnected dann, Alter. Es ist Overwatch, ja, ne? Äh, CBD, glaube ich. Ja. Ja. Habt ihr das gesehen, Alter? Der hat da drei Sachen runtergeschwissen, als wenn er der Weihnachtsmann ist und den Sack voller Geschenk erhakt hat. Ist das verarschend, oder was? Komm her, du Pflauenpflücker. Pabschi, Digga. Pabschi, glaube ich, Digga, fände. Junge, Pabschi, glaube ich, so schlimm gewesen. Ihr kleinen Don-Sniper. Ich hab mein Headset immer so laut. Ich hab das noch mal aufgehauen. Päpferes Dreck. Mann! Ich schwör es und er hat gerade nicht gebaut. Auf ganz komisch, Digga. Auf ganz komisch. Ich drück. Ah, Mann! Ja, der war auch ein Baum, den Baum, Digga. Loll. Äh, Monte? What? Was? Was? Man versteht auch keine Worte mehr bei ihm. Halt, Alter! Ich schwör, Digga, das klingt ganz stark nach Andersdeutschen Persönlichkeiten. Was war denn da seine Ideen? Ich muss mal dazu sagen, Digga, ein COD ausrasten, das ist nochmal ein ganz anderes Level, Digga. Nee, bei mir war es Counter-Strike. Counter-Strike war noch schlimmer, Junge. Bei Counter-Strike wollte ich wirklich Menschen töten, Digga. Bei COD, wie viele Controller bei mir fliegen gelernt haben, ne? Wenn Sachen nicht funktionieren, die funktioniert haben, Digga. Ja. Es bleibt alles so, wie es ist. Ja. Verstehen Sie? Alles soll so bleiben, wie es ist. Ja. Recht hast du. Weil einfach diese ganze... Boah, ich trock doch hier eine N-Bombe nach dem anderen, Digga. Monte, entspann dich. Ihr wollt dieses Sniper haben, ne? Mann, Sniper. Ah. Wird runtergeschossen. Oh mein Gott. O-S-L. Ach ja, das ist so neu wie das. Verpiss dich, du ***. Kennst du den Clip? Kennst du den Clip? Wo so ein Typ vor seinem Haus steht und er schreibt, Monte. Und dann packt er irgendwann seinen Baseballschläger und rennt runter. Lava. Ja. Welcher? So klingelt jetzt hier. Da gibt es einen auf den Storzen, Digga. Bye. Mit... Mann, jetzt lass die Sche... Oh, pack opening, ganz schmerzhaft. Oh nein, jetzt kommen die FIFA-Sachen. Jetzt wird es richtig wild. Oh shit. Ey, das kann's doch nicht sein, Digga. Ach, meine Chance. Und ich krieg dich einen Fett von Walk-Out. Ich krieg nur die ganzen scheiß Affen, Mann. Okay. Okay. Sehr stark. Jö, was macht er da, Alter? Ja, Mann, haut halt viel Geld da rein. Was macht er da, Alter? Womit schlägt er? Oh, Jumpshot. Ey, wo stehst du denn? Ist dir was aufgefallen? Standard-Skill und Monte, wenn sie sterben, machen beide... Hey! Hey! Wer weiß, ob das nicht irgendwo zusammenhängt. Meine Freunde, ich würde sagen, das war's von diesem hunderschönen Video. Wenn ihr mehr Ausraster-Reactions sehen wollt, auf Ausraster von mir beispielsweise, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ich werde auf jeden Fall erst mal, bevor jetzt hier das Video endet, ganz kurz... Was machst du? Ich blase da schlechte Karma aus meinem Zimmer, weil ich gerade ein Video mit dir aufgenommen habe. Leute, das war's von diesem Video. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Grüße gehen raus am Mr. Gebläse. Lasst... Alles klar. Ciao, wiedersehen. Ciao! Ciao!